Auf den German Darts Company natürlich erwarten 18.000 Zuschauer an diesem Wochenende und freuen uns nach 2015, damals mit Michael McGerven hier gewesen, dass wir zu Gast bei Tracht Langerweyer sein würden. Das ist eine schöne Kooperation, die wir hier einbieten, oder? Es ist jedes Mal eine Ehre für uns, immer die besten Dartspiele in der Welt größer zu dürfen und wir schätzen das auch sehr. Ja, wir freuen uns auch sehr und werden natürlich auch dann in Tracht das Wochenende selbstverständlich moderieren und auf der Bühne sein, dass sich München doch absetzt von allen anderen Personen, die wir haben ansonsten in Deutschland. Wir haben ja auch viel gemeinsam und im Prinzip Tracht und Start, also wir bringen ja sehr viel Stimmung in die Leute rein, wenn man eure Sachen sieht, eure Veranstaltungen, wenn man auch unsere Veranstaltungen sieht, das ist vom Stimmen, ja? Das stimmt, das ist die Parallele. Vielleicht macht das auch eine Tracht aus. Wir werden bestimmt auch viele Zuschauer eine Tracht haben ab diesem Wochenende, bin sicher ein. Michael Reigns auch. Ich vermute mal, ihr wartet auf Peter Wright. Er sieht wunderbar aus, Joanne ist auch im Dürnberg, Snakebite Peter Wright, die Nummer zwei der Welt, an zwei gesetzt. Die Org-On-Girls sind auch da, so wie sich das gehört. Peter, kommen Sie zu mir, bitte. Peter, nice to have you here, danke sehr. You look so beautiful. How is it? You're wearing it for the first time in every tradition of Leederholtz? And it's, it feels amazing, it's just like, yeah, I get to wear it every day. Still thinking of playing darts with it, right? Yes, I can play darts. Is this your first time in Munich? I'm not sure. So, three years, three years ago, it was interesting live, Sam, this is the first time we're really playing in Munich. Yeah, definitely, perfect, perfect, yeah, first time, yeah. So, yeah, I'm looking forward to it. Obviously lost in the final last week, and I'm gonna go and win it this week. Ich bin Elia von ganzmünchen.de und warum tragen die Frauen dieses wunderschöne Dirndl? Wir haben jetzt extra für die PDC, für die Darts-Weltmeisterschaft, haben wir jetzt die Mädels passend zum Peter Wright, weil das sind die Org-On-Girls, die bereiten immer die Darts-Spieler auf die Bühne. Weiß-Blaue Dirndl, natürlich in der Farbe von Schottland gemacht, so wie der Peter Wright seine Tracht auch trägt, damit die Mädels natürlich auch standesgemäß in München in der bayerischen Trachteteil erscheinen. Ah, danke schön. The words, firti and servus. Firti and servus. She wants to learn you some bayerian words, firti and servus. Firti? Firti? Firti. Firti? Firti, sehr gut. And servus. Servus. Firti, servus. Super. Well done. Thank you. Thank you. Hallo, ich bin die Lia von ganzmünchen.de und was hat der Peter Wright denn gerade für die Lederhose bekommen? Du bist ganz neu, gell? Ja, endlich mal was ordentliches hier bei dieser ganzmünchen.de, das freut mich. Also der Peter Wright, der hat eine ganz tolle Lederhose aus unserer eigenen Produktion, die machen wir also selber. Das war eine Ziegenlederhose und die haben wir auf Alt gemacht und mit schöner Steckerei. Und er fühlt sich sehr wohl und er trägt es auch immer wieder. Danke für das Interview. Drach trifft Peter Wright. Hallo, ich bin die Lia von ganzmünchen.de und die Schotten tragen ja nichts unter den Lederhosen. Und trägst du was unter den Lederhosen? Das ist eine gute Frage. Sie fragt dich, dass die Schotten nicht alles unter den Kilden tragen. Hast du etwas unter den Lederhosen? Ja, ich habe etwas unter den Lederhosen. Ja, das ist das. Danke und froh und froh Easter. Oh, danke sehr und froh und froh Easter zu euch auch. Und du hast meine Haare. Danke.